Schlaff. Schlaff ist das Gegenteil von straff. Schlaff heißt nicht gespannt, Schlaff heißt locker. Aber Schlaff ist ein Unterschied zu entspannt, kraftlos, schwach und müde. Entspannt zu sein bedeutet, dass man noch viel Energie hat, die man wieder einsetzen kann. Schlaff zu sein bedeutet, dass man kraftlos ist. Aber selbst wenn du dich ganz schlaff fühlst, dann kannst du wissen, Energie ist weiter da. Schlaff bedeutet, dass man vorübergehend den Zugang zur Energie verloren hat. Und du kannst, wenn du schlaff bist, durchaus mittels tiefen Entspannungstechniken, bewusster Atemsteuerung, mittels Mantra-Wiederholung, Gebet und Öffnung für die göttliche Kraft, schnell wieder neue Energie und Freude bekommen.